Wer ist denn länger als vier Stunden gefahren? Wer ist länger als fünf? Ach, das Amnestikium, da oben sind die auch noch. Ich habe euch vollkommen vergessen. Wie geil ist das denn, da oben sitzen die Adeligen, hier die Bauern? Mehr als fünf Stunden gefahren? Mehr als sechs Stunden? Mehr als sieben Stunden? Er kriegt gleich eine Sehnschein in Südde. Mehr als acht Stunden? Mehr als neun Stunden? Mehr als zehn Stunden? Wo kommst du her? Aus Mannheim. Zehn Stunden. Wie heißt du? Wie? Johann. Ich nenne dich Mahmut. Mahmut, als kleines Dankeschön kriegst du zwei Freikarten für die Tour 2024. und sie lebt sich von mir. Ja? Ja? Ja?